Howdy ho meine Creepy Fins. Ich bin's euer Raven Dark Creep. Ich war auf der EAT und das ist das was dabei rauskam. Ich bin's euer Raven Dark Creep. 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 Howdy ho. So, ich bin jetzt fertig mit den Aufnahmen, Konoyuki auch dabei und Lea und die Verrückte. Also, es hat eine Menge Spaß heute auf der Kong gemacht, was sagt ihr? Ja, auf jeden Fall mit dir. Mit dir immer. Ja, also mit euch hat man auch immer Spaß. Entschuldigung, komm her. Ja, kleine Familienversammlung. Das ist Mama, das ist Papa. So hübsch bin ich doch gar nicht. Doch, doch, bist du? Nein, du bist hübsch. Ich weiß. Ne, 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 eigentlich finde ich mich eigentlich total hässlich, aber okay. Neu. Was wollte ich noch sagen? Achja, Creep Like Daumen nach rauf geben, abonnieren um nichts zu verpassen. Und in seiner Endcard habe ich es auch schon erwähnt, Creepypasta würden so nicht mehr kommen, sondern nur noch Ultra Wild ist eine Creepypasta, nur halt als Serie zusammengefasst, falls ihr die Video schon gesehen habt. Neu. 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 Abonniert mich. Abonniert die beiden. Und auch mich, falls ihr noch. Und vielleicht mal hier vorbeischauen. Und eigene Werbung machen, also echt, ey. Neu. 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 Neu.